heute gibt es für euch im quicklub mal wieder einen funko pop und zwar einen ja seltenen würde ich jetzt nicht sagen aber einen außergewöhnlichen und zwar den space ghost da gibt es drei figuren in der serie brack zorak und space ghost ich weiß jetzt nicht genau es war mal ein comic das weiß ich aber die storyline habe ich jetzt nicht mehr so im kopf und wie der gute space ghost hier außerhalb seiner etwas verkratzten und demolierten verpackung hier von popcorn eu hier aussieht zeige ich euch natürlich noch meinen kurzen intro servus youtube und willkommen zurück bei mir auf den kanal und hier seht ihr nun die figur kreisen von space ghost wie gesagt das war ist eine comic figur da war eine comic figur ein etwas ältere auch die figur scheint etwas länger gelagert worden zu sein wie sie da in die box verpackt wurde aber das habt ihr schon lange im unboxing gesehen dazu sage ich jetzt nichts mehr verzeihung aber die figur ist eigentlich ich hab da mal gegoogelt danach ziemlich an den comic charakter sehr gut angelehnt kommt auch den charakter sehr nahe ist natürlich ein normaler pop hat hier eine etwas andere pose als wie die action pose also wie die nicht action posse wie die normale stand pose von fanco pop durch das dass er seinen arm hier etwas nach vorne hält hat ein gelbes cape ist alles sehr schön gemacht auch sehr schön gepäntet finde ich hier vorne drauf wenn ich soll ich mal zeigen darf da hat er einen kleinen fleck aber das glaube ich könnte weg bringen der wird denke ich mal hier in meiner sammlung bleiben weil es doch schon eine figur ist die in deutschland überhaupt nicht bekannt beziehungsweise fast gar nicht bekannt ist sondern wirklich nur recht hart gesottenen nerds um es mal so zu sagen wird ja mal bleiben das ist zwar nicht jetzt die wertvollste figur dann aber es ist eine figur die hat ihren seltenheitswert in deutschland hat sie ist selten ist ja zwar keinen ausgesprochenen wert aber sie ist selten in deutschland weil ebenfalls keiner die comics kennt und dann würde ich sagen war es das auch schon wieder für den quick look ihr könnt mir gern eure meinung zu der figur unten in die kommentare schreiben mich würde auch mal interessieren wer von meinen zuschauern hier als den space ghost oder die comics dazu kennt das könnt ihr mir auch gerne in die kommentare schreiben und natürlich wenn euch das video gefallen hat lasst ein leichter wenn ihr es noch nicht seid drückt den abo button für meinen kanal und dann sage ich und auf wiedersehen wir sehen uns beim nächsten mal wir sehen uns beim nächsten mal